Der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid ist offenbar um eine Rückholaktion von Mario Hermoso bemüht, wie die spanische As berichtet, soll der Spanier die schwächelnde Defensivreihe der Königlichen verstärken. Er lebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Der 23-Jährige stammt ursprünglich aus der Real-Jugend, durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften und wurde erst vor einem Jahr für lediglich 400.000 Euro Ablöse an Espanyol Barcelona verkauft. Mario Hermoso – Vertrag bei Espanyol Barcelona bis 2020 Bei den Katalanen entwickelte sich Hermoso schnell zum Stammspieler und absolvierte in der letzten Saison 22 Spiele für Espanyol. Auch in der laufenden Spielzeit präsentiert sich der Verteidiger in bestechender Form und erzielte in acht Einsätzen sogar zwei Tore. Der Vertrag des gebürtigen Madrilenen bei Espanyol Barcelona läuft noch bis 2020. Mehr zu Real Madrid Mehrz